Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin, es ist mal wieder Montag, eine neue Woche beginnt, Montag, der 23.07.2018, um 6.10 Uhr und ja, was gibt's zu erzählen? Ich wollte gestern Abend nach dem Brettspielen vielleicht noch streamen, aber hab's dann doch gelassen, weil ich irgendwie erst um, ich glaub, viertel acht zu Hause war. Ja, dreiviertel acht war dann kurz der Nico da, hat seine Sachen geholt und ist nach Hause gefahren, weil er heute ins Bundeswehrkrankenhaus geht, um da eine OP durchführen zu lassen. Ja, und ich bin irgendwie nach Wäsche waschen und duschen und eine Folge Designated Survivor gucken, dann ins Bett gegangen, dann war es irgendwie um 20 Uhr, hab noch so ein neues Kartenspiel auf dem Tablet gespielt, so ein Southpark-Spiel und irgendwann so gegen 22 Uhr hab ich mich dann schlafen gelegt. Leider war die Nacht ziemlich zerstückelt, wow, die sind laut, äh, ziemlich zerstückelt, äh, in der Form, dass ich um, keine Ahnung, wann waren das, um 12 nochmal wach geworden bin, da kam dann der Stefan nach Hause oder um halb zwölf, äh, dann war ich um zehn nochmal, ne, halb elf nochmal wach, weil unten ein Tumult war und dann ist irgendwie nachts regelmäßig einher mit laut Auto Radio langgefahren und dann war ich um eins wach und um zwei und, oh, ey, ich wollte um fünf eigentlich aufstehen und vorher noch zum Sport gehen, bevor ich arbeiten gehe, aber das hab ich natürlich, äh, nicht hingekriegt. Ja, und um fünf Uhr dreißig hat dann der Wecker geklingelt und ich dachte mir so, ach, scheiß drauf, ich stehe jetzt auf und jetzt geht's gleich, äh, ins Büro. War zwar, wie gesagt, eine ziemlich kurze und zerstückelte Nacht, aber ich bin einigermaßen fit. Heute nach der Arbeit geht's zum, äh, Zahnarzt, da ist eine professionelle Zahnreinigung um 15.45 Uhr, äh, ich denke mal so, die wird bis 17 Uhr gehen und dann wird noch ein Foto gemacht, ein Röntgenbild, weil schon so lange kein Röntgenbild mehr gemacht wurde und dann haben wir es 17.30 Uhr oder sowas und dann bin ich, denke ich mal, wieder zu Hause und dann werde ich heute um 18 Uhr ein bisschen Bioshock streamen. 18 bis 21 Uhr, der Sparrow hat gestern noch geschrieben, oh, ich kann gar nicht bei den Streams dabei sein, 15 bis 18 ist mir zu früh. Das war aber ein Kopierfehler, da ich ja am Samstag von 15 bis 18 Uhr gestreamt habe. Also, wie gesagt, heute werde ich von 18 bis 21 Uhr streamen, am Mittwoch werde ich auch nochmal von 18 bis 21 Uhr streamen und dann erst wieder nächsten Montag, denn ich bin ja, äh, übers Wochenende auf Rügen, äh, die Familie besuchen. Dienstag, also morgen, gehe ich, äh, denke ich mal, den Söhne besuchen und, äh, werde auch mal den Germaine besuchen, da ich den vor seinem Geburtstag, denke ich mal, nicht mehr sehe. Am Donnerstag gehen wir vielleicht wieder mal in die Sneak, mal gucken. Und Freitag bin ich ja, wie gesagt, dann schon weg, ja. So weit der Plan für heute und für die Woche. Wie ihr merkt, bin ich noch ein wenig, äh, müde, aber das wird sich schon legen, spätestens wenn ich auf dem Fahrrad sitze und dann, äh, zur Arbeit fahre, ja. Also dann kommt alle gut in die neue Woche, gut durch den Tag. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, heute Abend, äh, bei einem Bioshock Infinite Stream von 18 bis maximal 21 Uhr. Also bis dann. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Tschüss. 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 Vielen Dank.